so damit müsste ich live sein ich mach mal andere musikern als sonst ich bin jetzt nicht in meinem place ich hab einfach minecraft chill musik eingegeben 75 minuten ja das sollte eigentlich reichen ich glaube ich werde nicht 75 minuten live sein sondern etwas weniger aber ist ein anderes thema ich mach mal etwas leiser ja das ist bisschen laut ich dachte gerade ich streame nicht mehr mal das tue ich doch so die frage ist was das ist denn interessant so das muss ja auch immer irgendwie interessant aussehen bevor ich irgendwas auf die wunschliste tue schach naja ich kann kein schach string dashboard sowas was können wir dann nehmen also meine frage vielleicht suchen wir auch noch einen bestimmten begriff also was könnte ein begriff sein ich gebe einfach mal kabel ein was was kommt denn da die betragung hat noch nicht begonnen du lügst ja jetzt hier ok so was haben wir kabel und strom harald der app-macher mit dieser app cover kann vieles was mit strom zu tun hat berechnet okay nee das will ich nicht so ich will keine notizen was ist das zeigen sie den telefon bildschirm auf dem fernsehen bitte das wird ihnen helfen ihr forderliche leiter querschnitt für die vergabe verkabelung zu wählen anhang kabel auswählen ja ok dann suchen wir mal nach einem anderen begriff was was wären noch in das handhabene kirche gehen wir mal keine ahnung bett ein bett design was ist das bett design wir haben bett designs ausgeführt ich weiß nicht gebiet zeiten nein was denn so nun was gibt es denn bankbets was ist dann schauen wir mal was was können wir noch nehmen was wäre noch interessant was wäre noch ein interessantes thema das habe ich noch nie eingegeben sagen wir mal was ist wand wx wand ist stolz darauf ein voll funktions ich will keine wetter-app warum ist die wetter-app wand metalldetektor das funktioniert natürlich super da bin ich mir jetzt schon sicher ähm ja mal bill gates bill gates kaum animo und das habe ich ja eingegeben hoch ja so ähm ignorieren wir das was gehen sie das gesamte geld für bill gates bevor die zeit in diesem geld spiel abläuft was äh okay kommt auf die wunschliste sehen wir da haben wir schon die erste sache get rich 3d das reich werden oder alles fallen ja hier perfekt direkt auf die wunschliste direkt auf die wunschliste ja hier gute bewertung das freut mich natürlich dann nehmen wir es mal vielleicht finden wir hier mc train ja man dann das ist die neue hier ne ich will keine biografie okay was können wir noch was ist ich krieg das die ganze zeit vorgestellt also holen wir uns das auch auf die wunschliste schmutziges geld reich werden immer reicher was auch immer das ist dann was haben wir noch dann was haben wir noch von elektronik arts möchte ich definitiv nix runterladen fahrschule 3d was das sieht vielversprechend aus das sieht sehr vielversprechend aus auf die wunschliste so extreme car driving simon oder hab ich das? ne hab ich nicht auf die wunschliste so so straßenrennen 3d ja das ist auch ne interessante sache jetzt kann ich wieder lauter machen geil so racing in car dann gehen wir auch mal city ein vielleicht kommt da was city ähm was ist eigentlich pocket city meine stadt werden sie bürgermeister ah ne stadtübernahme oh ne das ist von voodoo theotown was ist das baue verwalten da weitere deine stadt und beobachte wie sie wächst ok kommt auf die wunschliste so was haben wir noch was ist city smash ok kommt auf die wunschliste das sieht interessant aus was können wir noch little big city 2 ne was haben wir noch was können wir noch eingeben was kann man noch eingeben ich bin auch auf der suche nach irgendwas was irgendwie nur eine bewertung von 1,0 oder so hat ähm na wie wie kommt denn auf diese spiele gehen wir auch mal farm ein vielleicht finden wir auch was ja toll heyday direkt ähm können wir nicht irgendwie empfehlung neu einzuspielen oder sagen wir neu ok gehen wir mal ein bisschen weit nach unten da gehen wir mal etwas weit nach unten so hungrige kaninchenfarben match 3d das ist ok das ist ok the legend of the white sheep escapes the farm auf die wunschliste so how to farm ah ne das brauchen wir nicht eyfarm was ist eyfarm Ähm, das brauchen wir auch nicht. So, was, was gibt es denn noch? Monster Truck Job. Ja, man, das ist definitiv, das kommt definitiv auf die Wunschliste, weil... Wetter? Okay. Ähm. Oh, es gibt bestimmt ein Animal Crossing irgendwie. Jetzt gehen wir mal Animal Crossing New Horizons ein. Jetzt kommen wir jetzt, verstehe ich, draußen noch Guides und so, aber... Guide oder? Ne, ich will kein Guide. Uh. Ja, ist nur ein Guide, okay. Ähm. Ne. Okay, dann geben wir irgendwas anderes ein. Ähm, was, was kann man noch eingeben? Weiß ich nicht. Was gibt es noch? Dann geben wir mal Bild ein. Wobei, dann kommt bestimmt die Bildzeile... Ja, habe ich doch gewusst. Dann geben wir was anderes ein. Ähm. Was können wir noch eingeben? Nehmen wir mal Zug ein. Zugsimulator. Simulator. So, deutscher Bahnzugsimulator von der Deutschen Bahn. Das ist interessant, das kommt auf die Wunschliste. Was ist jetzt los? Nein, ich bin irgendwo raufgeklickt. So, dann... Was ist noch? Äh, Wunschliste, denke ich. Gut. Das ist jetzt ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Up-Train-Simulator. Ja, komm, auf die Wunschliste hier. Boom. Oh, ein Wheel. Das ist super, dass es real ist. Oh, hier. Das ist... Das ist ein super Bild. Ah, das wollte ich direkt haben. So... So... Echt Bahn-Simulator. Das ist ein... Äh, das sieht so echt aus. Vor allem, Alter. Direkt auf die Wunschliste. So. Öffentliche Transport-Lokomotive-Train-Simulator. Ja, da, da. Fällt mir direkt was ein. Nämlich, äh... Öffend... Leche Toiletten. So, Toiletten in der Nähe. Der erste... Ja, das will ich nicht. Ähm... Das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh... Es gibt extra WC-Karten. Ernsthaft? Äh... Ja, da kommt die Deutsche Bahn. Bahnhof live. Okay, cool, denke ich. Dann, was... Was können wir noch reingehen? Was können wir noch suchen? Ich weiß nicht. Was? Gut, ich... Ich schaue noch ein paar Minecraft-Klone, ehrlich gesagt. Denn... Das ist immer interessant. Ähm... So. Gehen wir mal in Minecraft. Da kommen bestimmt irgendwelche... Ja, hier. Realmecraft. Was ist das? Blockcraft-Spiele mit Minecraft-Skimos. Kommt direkt auf die Wunschliste. Dann, was kriegen wir denn noch für Klone? Ähm... Minecraft 2, was? So, wir haben Minecraft 2. Mini-Craft 2. Kommt auf die Wunschliste. Äh... Luckycraft 2. Kommt auf die Wunschliste. Das sieht sogar ziemlich gut aus. New. Luckycraft 2. Crafting 2021. Sieht auch ziemlich gut aus. Ich mag es, wie Sonic geschrieben ist. Survivalcraft 2. Day... Survivalcraft 2. Day 1. Was? Auf die Wunschliste. So, was haben wir noch? Kawaii World 2. Auf die Wunschliste. Boom. Mastercraft 2. New Microcraft 2020. Auf die Wunschliste. Boom. Okay. Ich glaube, du bist schon auf meiner Wunschliste, oder? Nein, bist du nicht. Dann kommt es auf die Wunschliste. So, was kriegen wir denn noch so? Stattpläne für Minecraft, was? Craft Vegas. Das kommt auf die Wunschliste. So, Crafting and Building. Ah, ne, du bist schon auf der Wunschliste, okay. So, Skyland. Das sieht doch noch was hat. Oh, das sieht wirklich interessant aus. Ich mag halt... Vor allem, ich mag auch solche Artstealer hier. Wie jetzt solche... So, dann... An Epic Mega-Craft Survival Adventure. So, Hello Granny... Äh, ist nur Maps, okay. Mini Craft 2020, okay. Update Microsoft PE 2021. So, was finden wir neu? Ich finde echt interessant, viele Sachen. So, One Block von Microsoft PE. Kommt auf die Wunschliste. So, Among Us in Microsoft PE. Ne, 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 ist ein Mod, okay. Mod Kanae. Craftman Pro Master Add-on von Microsoft PE. Ich will kein Add-on. Monster School von Microsoft PE. Das kommt auf die Wunschliste. Das kommt auf die Wunschliste. Keine Ahnung. So. Dann, was finden wir noch? Ich will kein Live-Hintergrund-Bild. Was soll ich denn damit? So, Siren Head Smart von Minecraft. Ne. Okay, ich finde anscheinend nichts mehr. Das ist schade. Dann, was, was, wonach kann man noch suchen? Wonach kann man noch suchen? Ähm. So. Und Like Yvonne ist beigetreten. Hi, willkommen. So, wonach kann man noch suchen? Das ist die große Frage. Ähm. Wir geben einfach mal, äh, K ein. Vielleicht finden wir irgendwas. Kick? Nein. Kai Master? Nein. Ähm. K9 Mail? Dann, gehen wir einfach mal L ein. Okay. Äh. Was ist das? Cookie Jam Last Match 3. Gewinnspieler. Das ist so ein Spiel, das kommt nicht auf die Wunschliste. Die Spiele werden direkt von der Wunschliste gestrichen. Ehrlich gesagt. So, was, was können wir noch? Was könnte man noch suchen? Ähm. Wir geben, nee, Buch, ich hebe nicht Buch ein. Das ist, da kommen bestimmt irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Audible und, keine Ahnung, hat Audible Konkurrenz bestimmt. Ähm. Was können wir noch eingeben? Hier geben wir mal Karte ein. Kartensimulator, was? Kartensimulator. Drohensimulator for Clash Royale. Äh, ich hab keine Ahnung, Clash Royale. Chestsimulator-Klicker, okay. Ähm. Geben wir mal, ähm. Was geben wir noch ein? Was können wir noch suchen? Prank. Wir geben Prank ein. Nicht Prank. Wir geben Prank ein. Was kommt denn da so? Fake Shet Maker. What's more? Kaputter Bildschirm. Scherz. Das ist eine Prank-App. Streiche und lustige Dinge. Ja, okay. Kommt direkt auf die Wunschliste. Ähm. Krieg der Scherze. Was ist das denn? I found you found. Nein, äh. Fragt nicht, warum ich das für Wunschliste hinzutue. Aber Prankmaster 3D. Was, was ist das? Okay, das, warum so ernst? Bewertung von 4,1. Kommt direkt auf die Wunschliste. Bumm. So, dann. Was? Echte Lufthornsteilreich. Direkt auf die Wunschliste. So, Milchpracking. Die realistische Milchanwendung. Kommt direkt auf die Wunschliste. So, hacked. Hacken Sie das Telefon Ihres Freundes wie ein echter Nägel für das ultimative Lachen. Kommt direkt auf die Wunschliste. So, dann. Oh. Kommt direkt auf die Wunschliste. Was zur Hölle, Alter. Scary Kamara Prank. Das. Okay. Ähm. Was gibt es denn noch so? Scanner App Prank? Nee. Wir geben mal Kerze ein. Vielleicht kommt da was Interessante. Kerze. Kerze. So, Kerzesimulator. Romantische Kerze gratis. Ich will die romantische Kerze gratis. Haha. Virtuelle Kerzemagie. So. Entspannende Kerzen. Ähm. Was noch? Kerze, echte Flamme. Das. Das sind alles interessante Sachen hier. Ah Gott. Ich meine, Wunschwerte. Warum suche ich überhaupt nach neuen Sachen? Das ist die große Frage. Ich weiß, meine Wunschliste ist so voll. Ich weiß. Gibt es ein Limit von der Wunschliste? Anscheinend nicht. Weil sonst hätte ich die schon längst erreicht. Wahrscheinlich. Kerze. Das ist. Aus 2015. So, was... Was finden wir denn noch? Ähm. Ne, kein Hintergrundbild. Entspannende Kerzen. Musik. Schlaf. Meditation. Kommt direkt auf die Wunschliste. Was ist das? Hier können sie eine Kerze anzündet für ihren Nachbarn bieten oder ein Gebet lesen. Ne, das will ich nicht. Kerzen. Erstaunliche Kerzen. Große Auswahl an Kerzen, die kunst hier. Ne. Das will ich nicht. Ähm. Da, ähm. Ja, mal Unternehmen ein. Unternehmen. Tycoon Unternehmensspiel. Das kommt direkt auf die Wunschliste. So, Unternehmer. Strategische Unternehmensentwicklung. Kommt direkt auf die Wunschliste. Es gibt Google My Business. Ernsthaft? Die Mitarbeiter. Was ist... Ja, das ist vielleicht für... ...mich nicht interessant. Unternehmen. Die passen dafür Unternehmen zum digitalen System von... ...implanten. Ne. Da, was... Was haben wir noch? Greed City. Was ist das? Bau ein Imperium an Realisten... ...an realen Standorten oder mit realen Check-ins. Kommt direkt auf die Wunschliste. Boom. So, die Höhle der Löwenteycoon. Okay, kommt auf die Wunschliste. Boom. So. Bär Bausimulator. Kommt direkt auf die Wunschliste. So. Das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Dann gehen wir mal Entscheidung ein. Ent... ...Scheidung. So. Entscheidungen. Rollenspiele. Love-Story-Spiele. Kommt direkt auf die Wunschliste hier. Entscheiderpanda. Kannst du dich nicht entscheiden? Dieser Panda trifft diese Entscheidung. Du brauchst Hilfe bei deinen Entscheidungen. Der Entscheidepanda. Okay. Das... ...kommt direkt auf die Wunschliste. So. What's do? Entscheidung. Bewerten. Vergleich. Ne. Ist nix. Ihre Geschichte in... ...interaktive Entscheidung. 2021. Kommt direkt auf die Wunschliste. So. Dann. Was noch? Hm. Treppe zum Himmel. Das kommt auch auf die Wunschliste. Wobei ich glaub, irgendjemand hat dazu schon eine Video gemacht. Egal. So. Playbook. Interaktive Spiele mit Geschichten. Kommt auch direkt auf die Wunschliste. Boom. So. Dann was noch? Liebesspiele. Teenage-Abenteuer. Kommt direkt auf die Wunschliste hier. So. Was ist das eigentlich? Das wird immer so oft vorgeschossen. Dann kommt es jetzt einfach auf die Wunschliste. So. Die Zeit. Das kostet 3,19 Euro. Jetzt will ich aber auch nicht. Okay. Wait. Shills. Tja. Nein. Nein. Dann. Okay. Was kann man noch eingeben? Wonach kann man noch suchen? Hm. Wir gehen jetzt einfach mal Arcade ein. Arcade. Pocket Arcade. Was ist... Okay. Hä. Auch mal das Arcade direkt hier. Okay. Cool. Ich kann Beta-Tester werden, aber keine Lust, habe ich gesagt. Super Arcade-Racing. Das kommt direkt auf die Wunschliste. So. Dann. Go Drift. Arcade-Racing. Das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Boom. Stern Pinball Arcade. Okay. Die kommt auch direkt auf die Wunschliste. Boom. Okay. 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 Dann gehen wir mal Mario ein. Mario. Was ist so? Super Mario 1? Mario Kart 2? Ne. Luca. Luca. Lego Super Mario. Labs World. Na. Ich hab schon. Labs World gebracht. Was ist das? Das kommt direkt auf die Wunschliste. Ähm. Super 1. Super Adventure World 2020. Das kommt direkt auf die Wunschliste. So. Unaffield Mario Quiz. Okay. Ähm. Ja. Das ist natürlich ganz schwer, wer das ist. Ne. So. Ähm. Bob's World. Wer ist Bob's? Wer ist Bob? Aber das kommt auf die Wunschliste. So. Super Bowser. Logan vs. Sheffy 1 Adventure. Wer ist Logan? Wer ist Sheffy? Super City Mario 8 in 1 Game Collection. Das. Oh. Lol. Okay. Denke ich. Das kostet 59 Cent, aber die werde ich dafür nicht ausgeben. Super Jump World. Das heißt, das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Hier. Level Maker. Das heißt, das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Hier. Der Level Maker. Mario Fallout 2. Das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Hier. So. Tipps für Mario. Ähm. Das sind zwei echt gute Screenshots. Aber die begeistern mich dann doch nicht. So. Retro Maker. Das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Ich werde mir die Börse nicht durchlesen. Pac-Man. Nee. Mr. Maker 2 Level Editor. Das kommt auch direkt auf die Wunschliste. Justin and Friends. Wer ist Justin? Ich werde mir die Börse nicht durchlesen. Äh. Oh, nee. Das holen wir uns nicht. So. Stickers für WhatsApp. Nintendo Switch. Nee. Mr. Maker 1 Level Editor. Kommt direkt auf die Wunschliste. Aussies World. Jungle World Adventure 2020. 20. So. Dann was können wir noch eingeben? Wir gehen mal Pandemie ein. Pan. De. Pandemie. Kommt direkt. Gut. Ähm. PM jetzt. Entdeckt die aktuelle? Ja. Nee. Das will ich nicht. Virus Game. Kämpfe mit dem Virus, um die Welt zu retten. Kommt direkt auf die Wunschliste. So. Epidemie. Nee. Dann was können wir noch eingeben? Was kann man noch eingeben? Das ist die große Frage. Ähm. Ja, ich denke, ich habe eigentlich... Warum mache ich das überhaupt nicht? Ich habe genug Sachen verwunscht. Das ist deswegen. War es das auch vom heutigen Stream. Wir sehen uns dann im Morgen Stream wieder. Bis dann. Und. Tschau. und